Ja, schau mal einfach mal. Wird schon laufen. Komm, hier Inka rein. Bleibt der Key. Oh boy, ich hasse euch. Für was mache ich denn den Time... Nein, das ist der falsche. Ich habe 100%ig Streets angemeldet. Den brauche ich nicht. Oh, was ist denn das? Was? Ich habe die vorhin gefragt, ob es Ding ist. Brauche ich den noch? Ach komm. Kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Den brauche ich glaube ich nicht, den Key. Schlachtzug. Da habe ich einen 18er, tyrannisch. Alter. Da rauslieven, wäre jetzt eigentlich asozial, ne? Das ist wieder das Ding, die queuen all Streets rein und dann ist es doch das andere, weil es irgendwie ein bisschen buggy ist oder I don't know. Oh, die Mobs, habt ihr gesehen? Da waren irgendwie fünf Volcanic genau aufeinander. Die Mobs knocken mich weg. Ich habe mich schon tot gesehen, ne? Da sind mich genau ins Volcanic rein nocken. Ich habe mich schon leiden gesehen. Ich sage es euch. Wir müssen hier ein bisschen weg tatsächlich. Jetzt haben sie die blöderweise geroutet, weil der eine kommt glaube ich hier noch ein paar Meter hinter. Ich kann die Mobs nicht wegziehen. Weg da, weg da, weg da. Den großen will ich nämlich nicht haben. Okay, der läuft nur bis dahin. Bin mir immer nicht ganz sicher, wie weit die Kollegen move'n tatsächlich. Ja gut. Hilft dir jetzt halt alles nix, ne? Machen wir den Key halt. Also die eine Gruppe, die will ich nicht adden. Ah, oh, der Eisfalle hat er noch gemacht. Nice. Irgendwann das so ein Tier habe ich nicht mehr durchgekriegt. Hull die schon mal raus. Attack Totem. Ah, jetzt haben wir natürlich ein Totem gekriegt. Ja, sind die irgendwie buggy? Ah, jetzt. Meine Anzeige hat gerade nicht angezeigt, dass ich die Agro von denen habe. War jetzt gerade ein bisschen weird. Obwohl die mich alle im Target hatten, ne? Eigentlich, wenn es hier blau ist, dann habe ich von allen Agro. Oder halt von denen, die blau sind. Wenn sie rot sind, hat irgendwer anders Agro. Und ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Die haben mich im Target gehabt, aber die Mobs waren rot im Ding. Also ich dachte mir gerade, okay, irgendwas passt da nicht. Den großen wollen wir eigentlich nicht. Was war es jetzt hier? Das Problem ist, ich wollte eigentlich die andere in die gehen. Jetzt habe ich die Prozente nicht nachgeguckt. Ich glaube, ich brauche 47, bevor ich die andere pullen kann. Oder waren es 44? Ich habe jetzt extra die hier hinter gepullt, weil ich die eine Gruppe noch nicht... Ah, da ist der Große. Großen will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ah, fuck it. Jetzt muss ich da aus dem Ding raus. Ich glaube, einen Großen ist drin, Prozente technisch. Einen Großen. Ja, komm. Einen Großen können wir machen. Gute mal, das mache ich beim Endboss noch Prozente. Ähm, naja gut, sonderlich verlasse beim Endboss ehrlich gesagt gar nicht. Ist er da in dem Steinewurf drin stehen geblieben? Äh, das war jetzt nichts. Der Heiler hat sich einfach wegsnacken lassen. Da kam ein großer Stein und da ist einfach drin stehen geblieben. Ja gut, können wir machen. Also ich weiß nicht, das sieht man eigentlich relativ gut. Ich glaube, ich weiß halbwegs welche. Ich brauche die noch und die hier. Und dann passt es eigentlich. Jetzt gehe ich ein bisschen hinter, weil da läuft rechts, äh, auch nochmal einer lang. Fuck, wir haben das Fisch-Dings, ist durchgegangen. Mit den einen will ich halt dann skippen, ne. Das hätte ich halt vorher mit der Gruppe verabredet, wenn ich gewusst hätte, dass wir jetzt hier reingehen. Und ich hoffe, äh, ich schreibe es jetzt gleich nochmal, dass wir Woh killen. Ich habe da noch mal ein Fischstäbchen durchgegangen. Guck, das ist jetzt kurz weg. Also wir machen jetzt die Gruppe noch und dann können wir damit skippen mit den einen. Die müssen, die dürfen da jetzt nicht rangehen, weil ich habe halt nur Mondfeuer auf die Mobs drauf. Aber das scheinen die jetzt zumindest halbwegs zu checken. Das Ding ist, ich konnte halt nicht hingehen, ne. Sonst haben wir da ein Problem. Für den großen Atten. Okay, da geht was hoch. Da wollen wir einmal raus. Der Key ist halt ziemlich für den Sack für mich, ne. Also selbst wenn der jetzt in Time durchläuft, bringt mir der so gut wie gar nichts. Blöderweise. Charge ich den mal, dass er nicht wegläuft. Ich habe jetzt mal geschrieben, dass sie Woh töten sollen, weil wir skippen wollen. Da sind jetzt einige Totems. Ich muss jetzt schauen, dass ich, ähm, quasi Woh kriege. Das sind halt viel zu viel Trash, ne. Na, gerade nur das orientieren. Fuck, das Ding ist halt durchgegangen. Anscheinend nochmal eins gecastet. Mal schauen. Mein Add-on müsste eigentlich automatisch aufgehen. Müsste. Die kann ich auch immer, ähm, quasi den Wuteffekt runternehmen. Nice eigentlich. Ich bin mir halt immer nicht sicher, ob es theoretisch Sinn macht, diese Murloc-Packs zusammenzuziehen, ne. Also klar, die kleinen, die hätte ich zusammenziehen können. Ich habe immer Schiss, dass ich noch irgendwas drauf habe, was hier rausdamaged und das mir aus dem Stealth rausholt. Ich glaube, ich glaube, dieser eine Blutungseffekt macht das nämlich auch. Ich bin mit dem zweiten Boss am schlimmsten in dem Dungeon. Ähm, ja, da hast du vollkommen recht. Also den habe ich bis jetzt, muss ich selbstkritisch sagen, noch nie gut getankt, ehrlich gesagt. Den zweiten Boss. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich versuche zwar immer, das Optimals zu machen im Optimalfall, aber das lief noch nie so gut. Ah, ich hätte Inka delayen sollen, wenn die Ads kommen. Das wäre besser gewesen. Defensive. Defensive. Special coming. Ah. Elb. Nones. Boah, was macht der Kollege? Mach ich gerade mehr Schaden als der Worry? Oh boy. How? Single Target hier. Gut, du hast es zwei Ads mal zwischendrin zum Cleaveen gehabt, aber das kann eigentlich nicht sein. Shock Rally. Defensive. Mal das rentieren. Defensive. Gut, die müssen halt, zwischendrin müssen sie halt move'n, ne, die DDDs. Das kommt hier, das kommt hier schon dazu. Hm. Ich muss jetzt mal defensive convoken. Jetzt, äh, krieg ich hier Probleme? Special coming. Gelb, blau, lila, announce. Gutes, ich hab da so'n Add-on, ne, da kann ich das relativ schnell announcen. Ich bin hier ein bisschen lost. Ah ja, Gott, jetzt haben sie rausgehangen. Jetzt postet es halt relativ schön im Chat dann auch. Wenn's gut ist. Defensive. Ja, ich muss gleich mal gucken, wie ich's mit dem Drachen mach'. Ich muss ihn, glaub ich, öfter umdrehen. Man soll ihn ja eigentlich nicht so hindrehen, weil dann der Schwanzschlag die Gruppe kickt, aber dann kommt das Feuer und dann passiert immer irgendein Kack. Ich muss ihn halt eigentlich immer wieder umdrehen dann auch. So, ich bin gerade überlegen. Ich denk mal, ich kann alle pullen jetzt hier gleich. Müsste eigentlich gehen. Den einen hat er jetzt desorientiert. Hätte ich jetzt schon da mit reingezogen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Prozente noch aufgehen, wenn ich ehrlich bin. Ziehen mal lieber mit ran. Mal die da alle in den Ding reinzuziehen. Hier hab ich halt Inka ready. Ich mach halt mehr Schaden, dass die Idee ist. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, ne? Naja, gut. Das stammt aus den Ruinen des schwarzen Imperiums, ja? Der hat dein Auge, der Schätze. Aber nicht das Töpfchen euch wird in den Zaun zu eilen. Das ist leicht verbeten. Bitte richtet euch die Schäden. Hier ist die Eichnung der falschen Zeichen zu dem Schaden. Fuck it. Ich hab gerade meinen... meinen Thorn rausgehauen an den anderen. Das ist jetzt suboptimal. Okay, da müssen wir ein bisschen raus. Die sind jetzt halt alle wütend. Bitte addet jetzt hier nix. Wir sind jetzt ein bisschen verkackt. Ich hab den falschen getauntet. Dann hatte ich jetzt gerade nix mehr zum... zum Taunten. Also von dem nächsten Boss hab ich ein bisschen Respekt, sag ich euch ganz ehrlich. Ich hab noch keinen guten Weg gefunden, den richtig zu spielen. Also für mich jetzt keinen guten Weg. Aber wir werden gleich sehen. Der beim Portal steht. Was für ein Portal. Ich weiß gar nicht, wo das für ein Portal du ehrlich gesagt meinst. Komm, ich zieh jetzt hier nochmal Inka. Wird's zwar lieber beim Boss haben, aber... Ach so. Da tanken. Ich hab ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo das... Wahrscheinlich da hinten, ne? Wo er jetzt steht, kommt das Portal. Oder? Ich hab mir da jetzt noch nie so... so große Gedanken drüber gemacht, wo das Portal dann genau auftaucht. Wenn ich ehrlich bin. Naja, ich hätte Inka für den Boss auffahren sollen. Das war halt schon wieder dumm, ehrlich gesagt. Das war halt schon wieder. Breath incoming. Ah, jetzt ist er halt schon wieder ripped, ne? Sehen die da hinten drin? Die Mobs? Jetzt rennen die mir halt wieder komplett hier durch. Das habe ich gemeint. Fuck it, jetzt habe ich hier alles voller Feuer. Den einen kriege ich. Das ist so ein bisschen der Kack. Die rennen dann dahinter, da ist das Feuer, da will ich halt auch nicht drin stehen. Eigentlich muss ich ihn jetzt wieder zurückziehen, oder? Am besten. I don't know. Ich kann ihn ein bisschen im Kreis ziehen. Da war das Ding gerade, Buggy. Ich versuche jetzt einfach so quer rein zu lasern. Das kriege ich es ja gar nicht mehr. Jetzt glaube ich kommt... Oh, fuck! Ich ziehe ihn jetzt hier hinter und dann lese ich nochmal quer über die Ding drüber. Ich weiß sie nicht. Ob das gut war. Jetzt steht er zumindest wieder hinten. Die nächsten Ads kriege ich wieder. Hier müsste ich mit Marsroot spielen. Das wäre wesentlich angenehmer. Bisschen wird geroutet. Sie wird zumindest selber von Breath überhaupt nichts erzählt, ne? Aber gut, habe ich die jetzt nicht weggelatzt, die Viecher. Was? Ja, der Boss ist tot. Ja, ich... Also hier müsste ich wahrscheinlich selber mit Marsroot spielen in der Instanz. Er schreibt Trash, ne? Ich glaube, wir haben genug. Müsste genug sein. Nichts hier geedit wird. Ich spiele es jetzt safe, ne? Wir brauchen jetzt, denke ich mal, nichts hier großartig dazu pullen. Ich denke mal, bei dem Boss bringt es schon einiges, wenn du halt aus Gruppe so ein bisschen mitsitzelst. Aber ich denke mal, ein Marsentanglement wäre da richtig strong. Weil im Endeffekt... Wie oft habe ich jetzt Heart of the Wild genutzt? Ich glaube, einmal jetzt bei dem anderen Boss konnte ich es nutzen, dass ich es ziehe. Vielleicht kann ich es bei dem Boss nochmal usen. Im Endeffekt, äh... Weiß ich nicht, ist halt... Ich könnte jetzt eigentlich hier pick gehen. Schauen wir mal, ob das ein Fehler ist. Ich habe nämlich Cooldowns ready. Pack, die gehen halt gar nicht runter. Mach halt... Warum macht denn der Worry keinen Schaden? Ich bin bei... Ich bin bei 40k DPS und der Worry macht 16k. Also... Kann ich mir halt nicht erzählen. Das Ding ist, ich habe halt... So für 30, 40 Sekunden kann ich halt... Äh... Bin ich halt ziemlich defy und alles. Aber irgendwann sind meine... Sind meine Dev-CDs halt am Ende, ne? Jetzt habe ich alles durchrotiert. Wir mussten die Mobs halt einfach mal totgehen. Aber gut, die heilen sich halt ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Also... Gut, ich mache am meisten Schaden. Ist ja okay. Aber dass der Worry und der Priester bei so einem Pull... Das waren jetzt 10 Mobs oder so? Dass die beide bei so wenig Schaden rumkrebsen? Das ist komisch. Das ist komisch. Du, da kann man... Da kann man noch wesentlich mehr machen. Oh fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nicht auf den Chat gucken. Ähm... Wenn ich Ding spielen würde... Ähm... Hier Ventier, dann könnte ich mehr machen. Aber ich spiele nicht als Ventier. Ja, diesmal gehen wir da vielleicht mal besser raus, ne? Ich sage mal so... Als Bär mit Inka... Äh... Also... Besser... Besser... Im Anführungszeichen kann ich es ja nicht spielen, weil du spammst halt nur Hauen, ne? Was anderes machst du halt nicht. Das ist dann halt nur abhängig von der Anzahl der Mobs. Und vielleicht, ob du das Ding noch drin hast, ähm... Die Ventier-Fähigkeit, weil die erhöht natürlich den Inka-Damage extrem in der kurzen Zeit. Da geht einiges. Da haben wir jetzt nur 8 Minuten. Eila hat Mana. Sieht gut aus. Der Worry hat eben... Hat eben sein... Seine Special-Fähigkeit reingelegt. Den Speer. Und er hat auch gewirbelt. Also ich weiß nicht... Denn DD müsste mehr DPS mit seinen CDs machen, als ich mit meinen CDs. Special coming. Und das machen die normalerweise auch. Okay, irgendwie klappt das mit dem Soaken hier nicht so ganz. Also normalerweise macht das doch der Heiler. So, geht's einfach. Oh! Das hat mich jetzt fast... Der Soaker hat mich jetzt fast in das Ding reingekickt, ne? Gut, dass der gerade noch gestorben ist. War jetzt... War jetzt knapp. Okay. Und jetzt ziehen wir mal Dings hier. Haben wir noch einen Kick? Oh, begraten wir. Sind... Nein, die... Ich hab... Ich hab die Leute angeguckt. Du bist doch nicht im 200er GS in den 19er Key. Der hat 72k Life. Der hat, glaub ich, 270 oder so an. Wahrscheinlich hat der nur 200 Item Level. Macht der Priest das jetzt doch, oder? Also, keine Ahnung. Weil wenn jetzt halt mehrere reinlaufen, dann ist er halt immer ein bisschen ripped, deswegen... Special coming. Okay, dann mach ich die letzten noch. Interrupt one. Okay, den macht der eine. Komisch, dass der jetzt nicht von dem Teil zurückgegrappt worden ist, ne? Special coming. Ich hab mal hier gesehen, ein DH mit, ähm... Wer war das auch? Ne, das war auch ein Worry, ne? Er hat das Ding gelegt, es wird instant zurückgezogen. Ich mach jetzt mal den hier. Special coming. Ähm, HT haben wir noch gleich? Okay. Mal. Man soll ja hier sich immer nicht zu nah ranstellen, sonst bugt's manchmal, aber... Tun wir mal safe. Ich... Ich geh mal nicht in euren Gestalt. Ich glaub, mal den Schaden brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Mal hier. Manche sind hier immer der Meinung, dass du den Boss am besten ganz hier hinten an den Arsch der Welt siehst. Kann man machen. Ich find's hier eigentlich ganz angenehm, wenn ich ehrlich bin. Ich kann sie alle spüren. Was ist dein Schritt? Ah, fuck. In meinen Händen. Pff. Ähm... Ich kann gleich retten. Wir müssen da nochmal einmal socken. Also irgendwie... Mal macht's der Heiler, mal macht das nicht. Warte mal, ist der jetzt schon wieder tot? Ne, oder? Fuck, dass ich mich treffen lassen. Danke dir fürs Subscriben, ne? Der ist... Ne, der ist jetzt wieder gestorben. Was ist denn der? Er hat bereits... Achso, der hat jetzt einfach gewartet mit dem Annehmen. Okay, ich wollte grad sagen. Er ist nicht wieder gestorben. Hä? Haben die nicht die Dinger gekappt? Ach, da hinten hat eins gefehlt. Ah. Wir haben noch kein Harrow. Leute, wollt ihr noch HT ziehen? Ah, der Hunter hier. Captain Hunter. Hat er seinen HT doch noch gezogen? Ich hab grad geschrieben. Ich dachte mir... Gut, dass du's in der ersten Phase nicht ziehst, ne? Ja. Die letzte ist schon die anspruchsvollere im Endeffekt. Oh, es soakt halt keiner. Also irgendwie... Problem ist... Das wird uns jetzt gleich hochjagen, das Ding hier. Ich muss jetzt halt blöderweise schnell hintereinander. Weil wenn das hochgeht, dann ist Feierabend. Jetzt wurde ich ein bisschen ein paar Sachen reingeschleudert. Also in der Phase ist es eigentlich nicht so. Aber es ging jetzt nicht anders. Der FCD rein und ab geht's. Jetzt hab ich halt nix mehr. Der FCD-mäßiges am Start. Ich heim mich jetzt mal manuell ein bisschen. Oh, lauf doch nicht rüber. Dann haben wir denn jetzt noch drei Minuten. Haben wir es jetzt wieder? Das kann ich mir doch nicht erzählen. Das ist wie einfach wieder verkackt hier. Hau. Komm. Ach wohl. Ich bleib mit nem Bären. Ah, Schuhe. Ah, die haben halt blöderweise kein Versa drauf. Die haben blöderweise kein Versa drauf. Weil das Ding ist... Ähm... Prinzip... Was hat denn der für ein Hals? Hm, der hat einen Tempo-Versa-Hals, ne? Prinzipiell würde ich halt noch Schuhe brauchen. Aber... Halt mit Versa. Wir hatten drei Tode jetzt. Na gut. Ging ja wenigstens relativ gut durch, ne? Viel hat denn... Was hat denn jetzt gebracht an Punkten? So gut wie gar nix, ne? Äh... Acht Punkte hat mich das jetzt gebracht. Naja gut. Besser als nix. Jetzt muss ich dann nochmal rein-cueen für den richtigen Key. Bö Roger. poolκι. Bö Bö recognizesким.